Musik Die Louisium Wein-Erlebniswelt eröffnete am 19. April ihre Saison mit einem Frühlingsfest. Musik Magister Jacek Czelek, Stadtpfarrer von Langenluis, musikalisch begleitet von der New Orleans Dixieland Band, zelebrierte bei herrlichem Wetter einen Familiengottesdienst im Marillengarten. Musik Vor dem Besucherzentrum konnten die zahlreichen Gäste des Schmankerlmarktes Köstlichkeiten von regionalen Produzenten verkosten. Musik Die Musikfreunde kamen ebenfalls auf ihre Rechnung. Im Speziellen die Jazzfreunde waren von der Livemusik mit Professor Wolfgang Friedrich und der New Orleans Dixieland Band begeistert. Musik 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 Auch die Herzen von Oldtimer-Freunden schlugen höher. Vor dem Louisium konnten beim Oldtimer-Treffen annähernd 100 Autos und Traktoren zur Ausfahrt bestaunt werden. Musik 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 Bürgermeister, Direktor Hubert Meisel und Organisator Helmut Fragner freuten sich über die zahlreichen Besucher. Musik